Genau das ist deine Visa-Debitkarte. Sie kommt im neuen Format und besteht aus 100% recyceltem Material. Mit deiner Debitkarte kannst du überall dort bezahlen, wo du das Visa-Zeichen siehst. Egal ob in Geschäften, Restaurants, im Supermarkt oder online – jetzt kannst du locker alles auf eine Karte setzen. Gut zu wissen! Anders als bei einer Kreditkarte wird jede Zahlung direkt von deinem Konto abgebucht. So behältst du jederzeit deine Ausgaben im Blick. Mit deiner neuen Karte kannst du wie gewohnt in Deutschland und weltweit Geld an Automaten abheben und auch auf Reisen entspannt bezahlen. Dabei bezahlst du immer so, wie du dich gerade fühlst – mobil, kontaktlos oder klassisch. Übrigens, in Kombination mit der DKB-App kannst du noch mehr aus deiner Karte rausholen. Hier kannst du ihr jederzeit eine neue Wunsch-Pin verpassen. Und Geldverbesserer bist du bei der DKB ganz automatisch. DKB – das kann Bank.